Tobi, magst du mir den jetzt mal nicht? Okay. Wo war ich los? Der Drops ist gelutscht. Wo war ich den? Ja, aber wo war ich den? Hallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück bei Zip City. Wir haben uns jetzt gerade mal aufgeteilt und ich gehe mal den Easy suchen und gehe, helfe, farmen und schreien und so. Und wir kommen zurück hier. Hallo mit den ganzen anderen hier. Hi. 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 Kai, wo bist du? Gute Frage, nächste Frage. Sag mir mal deine Cords. Minus 818, 30 minus 34. Stell auf, hast du für mich vielleicht noch ein Schwert? Magst du mir das vielleicht reinschreiben? Ne, warte mal, da ist aber noch Eis. Nö. Ich mach für dich eins. Du schreibst dir selber rein. Also erstmal minus 820, minus 934. Ach da. Leute, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn jemand redet, dass ihr ein bisschen leise seid, weil ich habe jetzt echt keinen Ton verstanden. Ich habe mein Ordner, äh, mein kleines Notizbuch nicht hier und jetzt muss ich nochmal fragen, Kai. Minus 880, minus 930. Minus 930, okay. Es gibt dann sowas wie Chat, Niki, das ist dir bewusst, oder? Ja, weil er nicht reinschreibt, dann kann ich nicht... Kannst du selber reinschreiben. Nicht reinschreiben. Du bist ja gar nicht so weit weg. Ne, so weit ist es nicht. Aber es ist halt eine Mine. Hallo, hallo, jemand da? Und von der Tiefe her, das musst du ja mehr... Weiß ich. Ich strahle es eigentlich Tag? Ja. Ja. Du los. Türe ins Skelett. Bist du da in dir... Oh, hallo. Hose? Ach du, 80 bin ich? Ähm. Und 930 brauche ich noch, okay. Glaub, das brauchen wir zum Entschalten, gell. Bist du da in diesen... Latslutzlitz. Latslutzlitz. Ah, da wird aber auch ein bisschen reingegangen sein. Was Niki immer noch nicht aussprechen kann. Was? Niki, sag mal... Lapslatzlitzli kannst du bei mir aus. Lapslatzlitzli? Lapslatzlitzli? Latslutzli? Hey, verarscht mich. Fast. Fast. Das üben wir noch. Lapslutzli. Sag mal Civilization. Oh, na, wir sprechen es einfach falsch aus, weißt? Kai ist doch bestimmt hier in diesem... Nein, da steht im Duden, so. Im Duden. Steht im Duden. Latslutzli. Latslutzlitzli. 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 Im Minecraft-Toden. Im Minecraft-Toden, ja. Oh, ich hab... Kai, bist du hier durch den Berg? Ja, durch den Berg bin ich gegangen. Alter. Kack. Ich hab keine Ahnung, wo ich gestorben bin. Und durch den Berg, dann nach unten. Was bist denn du für einer? Du für ein kleiner Trotz. Was bist denn du für einer? Wie kleiner freigst du? Dass ein Dorfbewohner dein Zombie ist. Der Engel in deiner Hose. Engel in deiner Hose. Das ist wirklich Kohle. Boah, das ist ein... Hast du eine Schaufel? Ich seh dich. Ach nee, wer ist das? Das ist eigentlich der Spawn, das Militional dran ist. Hallo, Uti. Hallo. 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 Wo? Also, du gehst da rüber. Hallo, drüber. Da rüber. Hi. Kai, ich find dich aber leider nicht. Ich hab keinen. Ich kann eine Schaufel machen. 900. Wo ist eigentlich der Dritte? Oh. Da musst du einfach mal nach unten. Wenn du eine Mine hast, dann bist du schon mal mehr. Passt du auch eine Schauf, ne? Also, ich bin jetzt genau dort. Ich muss eigentlich nach unten, aber... Na, komm her, Niki. Hier ist die Mine. Oder hier ist die Mine. Ich bin da knapp vorbeigelaufen, oder wie? Oh, da ist ein Skelett. Da liegt sie. Ach, da geht's runter. Ach, sorry. Das hab ich nicht gesehen. Oh, ah. Ey, diese Mine ist fast so groß für mich. I, U, U, A, A. Hier, hier. Niki, hier. Ah, hei, hei, hei. Au. Jetzt krieg ich immer mehr Schaden hier von dem Scheiß. Ich springe hier. Sorry, gleich muss ich dann zweit runterspringen. Komm, gib mir. Oh, dann bin ich da drauf. Ui, U, A, A. Wie geht'n das eigentlich genau? Ah, da unten hinten ist unser Kollege. Was, wie? Tobi, Wettel. Was sind Äpfel? Das sind ne Menge Spinnenfäden. Wettel, ja. Aber wie viel? Da können wir einen Haufen Goldäpfel machen. Was? Für PvP. Naja, PvP, wenns kommen wir auch noch, okay? Ja. Ich komm, aber erst später noch, weil wir müssen ja erst noch alles bauen und dann Arena machen und so. Oh, nee. Und wer tot ist, bleibt dann auch tot, gell? Also, geil. Mach doch was gefasst, wir gehen jetzt alle durch den Spruch gegen dich. Okay. Läuft es hier irgendwas bei den Spinnenweben? Was? Ähm, ja. Normalerweise, ja, aber... Ja, ich hab' die schon gelootet. Aber die Spinnenweben hauptsächlich kranklassen. Ja, da hat nicht schon alles, was ich brauchte mit Spinnenleben, aber jetzt hab ich's halt nicht mehr. Oh, ein Kripper. Ein Kripper? Ein Kripper. Ich komm auf die Größe dieser Höhle nicht klar. Direkt auf unserem Kripper nicht klar, die machen einfach... Ich komm auf mein Leben nicht mehr klar, Mensch. Du kommst auf verschiedene Größen nicht klar, okay. Sagte Biottouse. Ich hatte... Pass auf, ich hatte heute einen Gast. Nein. Was der heute rausgelassen hat. Achtung bei dir, Skelett. Dachte ich mir auch so. What the heck? Auch raus, ich will's hören. Der, Alter. Oh fuck. Oh fuck. Pass auf. Also irgendein ganz lustiger, ähm, Herr. Oh fuck. Ja. Ich sterbe. Und... Nee, jetzt. Doch, ich bin vergiftet. Wo bist du? Ja, die Spinnen da ist verloren. Ich seh' dich halt nicht, Jess. Ich such' dich ja die ganze Zeit. Oh Mann. Nein, 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 ich sterbe. Nein. Deine Koordinaten? Kannst du noch eingucken? Nein, kann ich nicht. PvP Action. Das ist schon sehr kackt. Man kann die Koordinaten nicht angucken. Die werden nirgends angezeigt. Nein. Das ist schwer, schon lange wieder an meinen Items. Nein. Jetzt mal nicht ausreden lassen. Ich will, was der Kind erzählt hat. Okay. Okay. Auf jeden Fall, der Gast sagte... Pass auf, der Creeper. Sie gucken jetzt also nach, wo dieser Mann überall Verhärtungen hat. Und ich guck' ihn an. Und er grinst bloß so frech. Und ich so, nein, nein, nein und nochmals nein. Das hört sich in so vielen Weisen falsch an. Das werde ich nicht tun. Woher was hat? Verhärtungen hat. Verhärtungen? Verhärtungen? Ich muss ins Haus. Verhärtungen? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Verhärtungen. Also, diese Scheißhöhle ist so fucking groß. Du sagst nur. Ich hab' keine Ahnung, wo ich bin. Mann, no. Ich sterbe hundertprozentig gleich wieder. Ähm, können wir uns vielleicht drauf, äh, vereinbaren, drauf, ähm, Dingsen, dass wir... Ich hab' den Creeper gehört. Ich hab' den Creeper gehört. Ich hab' den Creeper gehört. Das war ich. Ah, Kyle. Bist du da mehr, ja. Okay, Kyle kann auch explodieren. Okay. Ähm, können wir uns drauf einigen, dass wir Fackeln immer rechts setzen? Oh, ich sterbe. Hutschi, Hutschi, ich bin links von dir. Äh, rechts von dir. Ich merk's mir zu stark. Niki, wenn wir die Fackeln immer rechts setzen, was ist, wenn wir mal anders rum laufe? Ja, deswegen sieht man's ja. Hey, ich bin hinter dir. Wenn wir die Fackeln... Ja, ich such grad da, wo ich runtergefallen bin, zu einer Mine. Und dann da irgendwas in meiner Hand ist. Ey, ich komm' auf das Hölle nicht klar. Ich komm' auf ein ja. Glaub' irgendwas? Okay, ich bin wieder tot. Behrende. Ja, iss. Is das Schaar? Kurz mal an unsere Zuschauer. Was? Zweifelig, weiß, das ist ne kleine bisschen langweilige Folge. Aber wir müssen heute, äh, Sand und äh, Holz zu sammeln. Damit wir das dann auch in Genüge haben. Also glaub ja, bei uns schaut sich aber ganz anders aus. Wartet, der wer unten ist. jemand essen für mich bei mir ist es nicht langweilig ich kämpfe gegen 10.000 monster ich habe hier gerade sachen eingesammelt habe ich sterb selbst fast ich habe noch vieles nicht mehr hier ja nicht mehr viele schläge ich habe noch ich habe noch nichts aber ich kann ich kann ja eins machen guckst magst du schnell mal gucken nach deine sachen noch irgendwas das kommen ich suche die ganze zeit aber jetzt hast du beide schwerer problem ist also es müssten weg sein der frei ist auf jeden fall gibt es nicht viele wenn ich habe keinen wahnsinn da sind keine fackeln alter die ist die drecks creeper war auf jeden fall eine nähe und zwar war nicht dunkel das war hell bei dir ja fast also ist dann dunkler geworden weil ich abkommen aber keine chance gegen die mobs ohne equipment ich glaube ich weiß ich bin schon richtig zurück ich bin da ich bin da ich bin hinter dir ich bin da gestorben da müsste ein eisenschwert liegen ich stehe hier stroh rum aber ich muss nur karotten ich habe mich jetzt wirklich jeder folge bringen das ist echt schlimm hier ist es auch schon das ist die steine die ich zugebaut habe oder hat die der hochi gerade zu bauen die habe ich versucht aufzubauen also ich habe mich auch in der worte gebaut und dann war das nichts ich habe keine fackeln mehr verdammt ich kann nicht ausmachen scheiße aber wir leben mit einer welt wo man betten abbaut ja ganz der eisen die man zufällig okay 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 es hat es hat die verfolgung auf das man 60 auf 2 fleisch scheiße und dinge haben wir auch nicht mehr also hier war dieses warner grad es kam eine spinne abgehauen das weiß ich achtung über dir er läuft halt einfach dran vorbei aua 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 oh mein gott oh mein gott mehr essen gibt mir essen mehr essen hier bin ich nicht hin kam da kam die spinne damit ich da lang gerannt und habe ich über weiter ganz gibt sich viele wege macht doch nicht so eine scheiße warum schreist du so rein blutsakrämien blutige ich alter und wahrscheinlich mein zeug oder war das nicht hast du eingesammelt ja nein vielleicht keine antwort irgendwo liegt auch mein zeug um jemand jemand hat doch gerade was eingesammelt ist du hast doch irgendwas eingesammelt das war aber nicht das und da das war vorhin das von ich habe ich ja schon weggegeben das schon vorhin nur da wo ihr seid war ich und dann bin ich auch irgendwo gestorben ich habe da irgendwo blöcke sogar hingebaut als wäre es vorhin hier raus oder muss ich habe nichts mehr zum essen ich war hunger ich habe auch nichts ich habe gerade was bekommen ich habe eigentlich noch jemand außer mir ein timer an ich sehe ich auf die uhr guckt wir sind aber wir sind gestorben aber sie ist doch nicht so negativ wir alle schaffen am ende was ja es wird die dicke despawn sein allein dass wir zusammen gekommen sind ist schon was tolles wir müssen gucken dass wir zwischendrin speicher speicher kisten machen oh man alles weg alles weg alle scheiße warum er hat mein komplettes inventar von ich auch weg irgendwie alles weg alles ganz klar was das so schnell die sport nach fünf ihr habt fünf minuten wenn ihr in den chancen seit fünf minuten zu finden jetzt direkt im sport wie sie es abgehauen hat mich alleine gelassen ich bin schon noch in der nähe er hat mich allein hat uns alleine gelassen hat uns alleine gelassen von wo kommt das nein nur dich ist der film zu alt der film ist alt aber den dürftet ihr eigentlich alle kennen er hat uns allein gelassen aber ich werde euch nicht alleine lassen ja genau super danke ich habe es auch das ist perfekt weil ich sehe irgendjemanden da bin ich aber ja also leute stopp ich habe nur noch vier herzen ne fünf herzen also super kommt essen so mein lieben dankeschön fürs zusehen und wir sehen uns das nächste mal wieder in der neuen folge zum nächsten mal bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.